Nach einer langen Durststrecke, in der ich leider sehr viel zu tun hatte und nicht zu Videos dieser Art gekommen bin, geschweige denn Dungeons & Dragons wirklich viel spielen konnte, sieht es allmählich wieder etwas besser aus mit meiner Zeit und dementsprechend wollen wir mal wieder in den Groove kommen. Anfangen tun wir, indem wir uns ein bisschen hocharbeiten. Ich werde euch ein wenig Produkte vorstellen, Bücher, die neu erschienen sind in der Zeit, über die ich noch nichts verfassen konnte. Heute werden wir über das ganz aktuell, zum Zeitpunkt dieses Drehs wird es morgen erscheinen, also am Dienstag, den 12., Monster des Multiversums sprechen, was euch da drin erwartet. Aber ausstehend sind natürlich auch noch Taschas Kessel mit allem und Schleifgeräusche von Richtens Ratgeber zu Ravenloft, die habe ich auch schon da. Die stehen auf der Agenda und neben diesen Videos einfach zu den Büchern, die so eine gewisse Kaufberatung darstellen sollen, wird es natürlich hoffentlich dann auch bald ein paar Videos geben, in denen ich euch meine eigene Meinung zu Dingen erzähle und Richtung Ende des Jahres auch endlich einmal wieder ein tatsächliches Spielen präsentieren. Das ist noch in der Konzeptionsphase, aber ich hoffe, dass ich da bald auch noch ein paar konkretere Neuigkeiten zu habe. Ich werde euch das Buch ein bisschen anders präsentieren, sprich wir blättern da jetzt nicht einfach durch, sondern ich rede drüber, über dieses schicke Buch hier und werde dazu ein paar Einblendungen einfach machen. Schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, ob ihr das so gut findet oder ob ihr lieber ein Video hättet, in dem ich tatsächlich aus dem Off letzten Endes rede und wir dabei ein wenig durch das Buch blättern, damit ihr da eine plastischere Vorstellung von dem habt, was euch erwartet. Das ist tatsächlich auch der geringere Aufwand. Ich würde aber gerne mal so ein paar Dinge ausprobieren, was das angeht. Aber jetzt genug vorgeredet, die Zeit läuft ja schon wieder. Starten wir doch mal direkt in den Inhalt und schauen uns zusammen Mordenkainen präsentiert Monster des Multiversums an. Tatsächlich ist Mordenkainen präsentiert kein vollständig neues Buch, also da fängt es schon mal direkt an. Es ist ein Buch, das zwei ältere Werke zusammenfasst, nämlich Wolos Almanach der Monster und Mordenkainen's Foliant der Feinde. Und die werden nicht nur einfach zusammengefasst, sondern die Monster-Einträge aus diesen Büchern werden auch auf die neueren Prioritäten, auf die sich doch etwas geänderten Designgrundlagen eben geupdatet. Da gehen wir dann gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Und es führt eine ganze Reihe von Völkern aus verschiedenen Büchern, natürlich zum einen aus den beiden Büchern. Die hatten beide Optionen, Spieleoptionen für eben neue Völker in sich enthalten, aber auch noch aus anderen Quellen zusammen. Tatsächlich findet ihr 33 Völker hier drin, wie gesagt keine kompletten neuen. Aber auf Deutsch hat man hier den Bonus, dass einige dabei sind, die man so noch nicht auf Deutsch hatte. Zum Beispiel bekommt man die Harengon, das sind Hasen, also anthropomorphe Hasenwesen, die in Witchlight erschienen sind, in einem neuesten Abenteuer, das es bisher nur auf Englisch gibt. Oder aus dem Guildmasters Guide to Ravnica finden sich hier die Minotauren und Centauren wieder. Dabei handelt es sich nicht um pure Reprints, sondern genau wie die Monster-Stadt-Blöcke sind hier bestimmte geänderte Designgrundlagen berücksichtigt worden. Ob man die gut oder schlecht findet, muss man dann wissen. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Es wurde in Taschas Kessel mit allem die optionale Regel eingeführt, dass die Attributswertsteigerungen bei der Charakterstellung nicht mehr spezifisch für das Volk sind. Also sprich, dass ein Org plus zwei Stärke kriegt und ein Zwerg plus zwei Konstitution. Also das, was auch jetzt noch im Spielehandbuch enthalten ist, sondern dass alle seit dem neu erschienenen Völker immer die Regel haben, dass man sich das selbst aussucht. Also dass man entweder ein Attribut der eigenen Wahl um zwei steigert und ein anderes um eins oder drei verschiedene um jeweils eins, aber nie über 20. Das ist genau die gleiche Regel wie im Spielehandbuch. Und ansonsten sind auch einige andere Sachen eben bei den Spezialeigenschaften geupdatet worden. So sind hier zum Beispiel Elfen drin, also Untersorten der Elfen, die nicht im Spielehandbuch standen, die zum Beispiel während der Trance immer einen Übungsbonus bei ihren Fähigkeiten umlegen können auf einen anderen. Also zum Beispiel von Wahrnehmung auf Arcana oder irgendwas in dieser Art. Und diese Auflistungen der 33 Völker sind, was eben den Fluff angeht, relativ sparsam. Also erwartet hier nicht so super viel, aber ihr kriegt halt das volle Programm. Allein deswegen für Spieler natürlich jetzt nicht ausreichend zu sagen, ich lege mir dieses Buch zu. Das Buch muss dafür nun wirklich nicht bei jedem Spieler vorhanden sein. Das allein also kein Kaufgrund. Die wesentlich größere Menge des Buches macht das Monster-Kompendium aus. Und das Monster-Kompendium, wie gesagt, vereint Volus Einmal nach der Monster und Mordenkainens Foliant der Feinde. Allerdings nicht ganz vollständig. Es ist schon sehr viel drin, also es ist auch nicht das dünnste Buch, das jemals erschienen ist. Zum Vergleich kann ich euch ja hier mal, weil ich es noch hier liegen habe, Tashas Kessel mit allem daneben halten. Dann könnt ihr das sehen, das ist jetzt nicht ganz super dünn. Aber wie gesagt, es sind nicht alle enthalten. Ich mache jetzt keine exklusive Aufzählung, in der ich das alles zusammenfasse. Aber beispielsweise, was auffällt, ist, dass die ganzen Org-Variationen fehlen. Die sind nicht enthalten. Das ist die eine Sache. Es kommt nur ein einziges wirklich neues Monster, eine neue Kreatur dazu. Der Delfin-Erfreuer, wunderschöner Name. Das ist ein Delfin-Feenwesen, also auch eines, das ihr nicht häufig euren Spielern entgegenwerfen werdet als Herausforderung. Jetzt hatte ich schon erwähnt, dass die Studblöcke geupdatet worden sind, also an die veränderte Design-Philosophie von Wizards eben angepasst wurden. Und es ging dabei einerseits darum, bestimmte Sachen, die absolut klangen, zu öffnen für Spielleiter. Also wir reden hier von so manchmal Kleinigkeiten, wie wo sonst bei einem Teufel oder bei einem Dämonen dran stand, dass er chaotisch böse ist von der Gesinnung her. Steht jetzt, dass er normalerweise chaotisch böse ist oder als Teufel eben rechtschaffen böse. Aber auch an anderen Stellen sind ein paar Fluff-Texte angepasst worden und etwas verallgemeinert worden, damit sie noch setting-agnostischer sind. Und vor allen Dingen die Lesbarkeit der Studblöcke ist überarbeitet worden. Da gibt es ein paar wirklich nette Verbesserungen. Ihr findet jetzt zum Beispiel immer den Übungsbonus, der einer Kreatur zugeordnet ist, als extra Erwähnung, falls ihr das für irgendwas braucht. Also Übungsbonus, das, was eben auf Fähigkeiten drauf addiert wird oder auf Angriffe mit irgendwelchen Waffen, die geführt werden können und so weiter und so fort. Das heißt, das ist hier leichter ablesbar. Außerdem wurden die Einträge so gesplittet, dass man jetzt wirklich Aktionen, Bonusaktionen und Reaktionen eben entsprechend untereinander gelistet hat. Und wenn eine Kreatur Zauber besitzt, die Bonusaktionen darstellen, sind die halt unter dem Reiter Bonusaktionen zu finden. Das ist das eine. Das hilft tatsächlich bei der schnellen Lesbarkeit und beim Einsetzen. Und das andere ist, und da kann man sich dann drüber streiten, dass gerade bei Kreaturen oder Monstern, die Zauber einsetzen können, doch vielfach die Zauberlisten ja entschlackt worden sind. Also da sind Sachen rausgeflogen. Natürlich steht einem als Dungeon Master immer frei, diese Zauberlisten natürlich selbst zu verändern. Allerdings ist das natürlich ein zusätzlicher Vorbereitungsaufwand. Im Gegenzug haben sie aber häufig zauberähnliche Fähigkeiten erhalten, die eben speziell ihnen zugewiesen sind, um sie zu streamlinen, sodass ein Dungeon Master zumindest theoretischerweise sie halt schneller aus dem Buch direkt verwenden kann. Das merkt man besonders bei Nichtspieler-Charakteren, die auf Klassen basieren, also bei den ganzen Kreaturen-Stat-Blöcken für die verschiedenen Magierschulen zum Beispiel. Die enthalten halt alle eine Art Standardangriff. Der nennt sich Arkane Explosion. Macht eine Schadensart, die sich nach dem richtet, was zu der Klasse passt. Ein Nekromant macht dann einen nekrotischen Schaden und so weiter. Und das simuliert einfach die puren Schadenszauber, die so ein Magier wahrscheinlich hätte. Ist etwas leichter dann eben direkt einzusetzen. Jeder dieser NPCs, das ist eine Besonderheit des Buches, fast alle dieser NPCs, die vorher kein eigenes Bild hatten, haben jetzt auch eigene Bilder, die vielfach jetzt wiederverwendetes Artworks sind aus Magic the Gathering. Und natürlich entsprechend gut aussehen. Vieles davon kann man auch, wenn man darauf steht, seinen Charakter auch mit einem Porträt auszustatten, sicherlich verwenden für seine Charaktere. Das sieht wirklich ganz schick aus, wobei es auch ein paar verunglückte Artworks gibt. Wobei, bleibt natürlich immer Geschmacksfrage. Das ist natürlich nicht alles, was sich in den verschiedenen Stat-Blöcken geändert hat. Das könnte man jetzt von Kreatur zu Kreatur durchgehen. Da gab es eben teilweise Anpassungen, dass sie zu ihrem Schwierigkeitsgrad besser passen, was sich so in der Praxis eben ergeben hat. Aber das würde dieses Video auf jeden Fall sprengen. Und ich glaube, das wäre auch sehr spezifisch für die Leute, die das wissen wollen. Kommen wir jetzt mal noch zu ein paar Änderungen, die vielleicht etwas kontroverser auch aufgefasst werden können. Das Erste ist, fangen wir mit dem harmlosesten an, sagen wir so. Und zwar ist es früher so gewesen, dass zum Beispiel Dämonen oder Teufel in der Regel ihre eigene Unterkategorie darstellten im Sinne der Listung. Das heißt, ich habe in dem Buch die Seite mit T für Teufel aufgeschlagen. Und dort hat die ganze Reihe an Teufeln gefunden, was aus Inspirationszwecken für mich persönlich immer eigentlich sehr angenehm war. Die haben ja die unterschiedlichsten Namen. Jetzt sind sie aber im Buch verteilt, weil sie wirklich alphabetisch sortiert sind und nicht mehr unter der Kategorie Teufel. Das trifft tatsächlich hauptsächlich Teufel und Dämonen und so weiter. Jugolovs, das sind so neutralböse Dämonen, etwas speziellere Sachen. Die Gruppen wie zum Beispiel verschiedene Gnollsorten oder Koboldsorten betrifft das nicht, weil die einfach als erstes Wort immer Gnoll XY haben. Oder Kobold, Kobold Drachenschild, Kobold Erfinder und Kobold Schuppenzauberer. Die stehen natürlich alle hintereinander, aber bei den Dämonen und Teufeln ist das eben nicht der Fall. Im Gegenzug dafür ist es anders, als es zum Beispiel im reinen Monster Manual der Fall ist, im Monster Handbuch so, dass es hinten verschiedene Aufzählungen gibt. Also ihr findet hinten eine Aufzählung der Monster nach Schwierigkeitsgrad, nach ihrem Kreaturentyp, also Teufel, Dämonen, Schlicke und so weiter und so fort. Und ihr findet eine Auflistung, in welchem Terrain man welchen Monstern begegnet, wobei ich sagen muss, diese Listen fand ich schon immer begrenzt hilfreich. Das bedeutet aber trotzdem, dass ihr natürlich wesentlich mehr blättern müsst, um die verschiedenen Sachen durchzuschauen. Vielleicht bin ich da auch einfach andere Sachen gewohnt. Ich habe es eher gemocht, dass Teufel und Dämonen eben zusammengefasst waren in ihrem eigenen Abschnitt. Noch etwas, was schade ist und natürlich dieses Buch, das ja zwei Bücher zusammenfasst, einfach von der Dicke her weiter aufgebläht hätte, aber trotzdem ist es etwas, was verloren gegangen ist. Sowohl Wolos als auch Mordenkainens haben vorne eine ganze Menge Hintergrundinfos enthalten. Lore, Wissen, Fluff, wie auch immer man es nennen möchte, seien es Beschreibungen von der Hierarchie von Hobgoblins, Goblins und Grottenschraten gewesen oder wo Hexen wohnen, was ihre Lager darstellen, wie die Gesellschaften von Yuan-Ti in der Regel funktionieren, Darstellung über den Blutkrieg oder im Falle von Mordenkainens auch über die verschiedenen Völker, also über Elfen gibt es wirklich einen sehr schönen Text, der einem helfen kann, rollenspielerisch stärker in seinen Elf eintauchen zu können. Diese Fluff-Texte sind nicht mehr dabei und die Tatsache, dass die alten Bücher ja mit Sicherheit auf Deutsch nicht nochmal extra neu aufgelegt werden, bedeutet, dass diese Texte verloren gehen und das ist schon eine ganze Menge und wirklich sehr schöne Sachen, die hier fehlen, einfach vom Atmosphäre-Aspekt her, vom Fluff, vom Hintergrund her. Ihr findet sie zum Teil in den Einträgen der verschiedenen Kreaturen dann wieder, also zum Beispiel gab es eine Karte von einem Yuan-Ti-Tempel, die findet man jetzt im Buch bei den Einträgen für Yuan-Ti, das ist aber nicht das Gleiche und das deckt auch nicht das Gleiche ab. Also das ist eben hier in der Stelle ein Negativpunkt, das ganze Buch ist damit mehr auf der mechanischen Seite verortet. Ja und als letzten Punkt, der jetzt tatsächlich nicht kontrovers ist, sondern tatsächlich einfach etwas negativ eingeordnet werden muss, ist, ich habe diese Bücher natürlich nicht von vorne bis hinten Seite für Seite exakt durchgelesen, ich kenne sie auch schon auf Englisch, aber beim Überfliegen, Probelesen, stichprobenartig Einträge eben betrachten, sind mir die ein oder anderen Übersetzungsfehler über den Weg gelaufen und so viel sei verraten, ohne dass ihr jetzt schon das Video zu Taschas oder Ähnlichem gesehen habt. Auch dort habe ich verschiedene Fehler gefunden, das sind in aller Regel, also jetzt ist mir kein Fehler in Mordenkines über den Weg gelaufen, wo ich gesagt hätte, okay, hier ist jetzt der Studblock irgendwie nicht mehr zu verwenden, beziehungsweise die Information ist falsch und damit ist die Darstellung des Monsters falsch, aber zum Beispiel findet man eben in den Völkereinträgen, diejenigen, die mehrere Zauber wirken können, einen immer wiederkehrenden Satz, das ist ja klar, das ist auch gut, gleiche Regeltexte, das Gleiche machen, sollten gleich formuliert sein, damit einfach die Normierung dafür sorgt, dass man immer das direkt einordnen kann, aber der Satz, da fehlt halt einfach ein Du. Um genau zu sein, steht da, wenn du XY wirkst, kannst du dies nur noch nur nach einer langen Rast wieder tun und ja, da merkt man, da fehlt halt das Du, das wiederholt sich einfach an jeder Stelle, wo dieser Satz kopiert worden ist und an anderer Stelle gibt es den Feuerriesenschlechter, in dessen Flufftext dann immer wieder der Astralschlechter genannt wird, also es wird immer wieder als Astralschlechter bezeichnet, der Astralschlechter ist aber ein ganz anderer Eintrag im Buch und das sind eben so Fehler, die auftreten, wenn das nicht nochmal ordentlich redigiert worden ist, also nach meiner Auffassung, ich habe noch ein Buch professionell übersetzt und die Redaktion dazu betrieben, aber es ist schon auffällig und das sind jetzt zwei der Dinge, die mir aufgefallen sind, ansonsten, wie gesagt, habe ich nichts Schlimmes gefunden, aber es gibt ein paar dieser Einträge, die ärgerlich sind, ein weiteres Drüberschauen, eine weitere Runde der Kontrolle hätte diese Fehler vielleicht noch finden können, das ist nichts, was wie gesagt den Sinn des Buches ad absurdum führt, sodass man es nicht mehr benutzen kann, aber es ist halt schon ein wenig ärgerlich bei einem 40-Euro-Produkt und so viel sei verraten, das Problem gibt es auch bei Taschas, in Taschas sogar an einer Stelle dann ein bisschen gravierender, wo es tatsächlich auch mechanisch-regeltechnisch dann nicht mehr klar ist, was passiert, dazu dann aber in dem Video mehr, und in Van Richtens habe ich auch schon ein oder zwei Stellen gefunden, in denen einfach die Grammatik halt nicht ganz stimmt. Es sind keine Rechtschreibfehler, es sind Dinge, die euch Word nicht rot unterstreichen würde, um es mal so zu formulieren. Und ja, soviel zu den verschiedenen Dingen des Buches, die man so oder so sehen kann. Ja und mein persönliches Fazit, es ist ein Buch, das man sich gut zulegen kann, wenn man die anderen beiden Bücher noch nicht besitzt. Also wer den Foliant der Feinde und den Eimer noch der Monster besitzt, der braucht dieses Buch nicht wirklich. Die Updates zu den verschiedenen Stud-Blöcken und auch die Völker, die hier ja aktualisiert und reprintet sind. Auch wenn es da die neuen Völker gibt, was auf deutschem Bonus ist, also aus Werken, die noch nicht auf deutscher Schienen sind oder vielleicht nie auf deutscher Schein werden, das reicht an der Stelle nicht aus. Ihr habt die ganzen Stud-Blöcke in einer leicht anderen Form, ihr habt sogar zusätzlich eben den Hintergrundstoff und das Lore, was ihr eben im neuen Buch nicht bekommt, das ist dann das Geld nicht wirklich wert. Ihr könnt es natürlich der Vollständigkeit halber zulegen, aber wenn ihr das tut, dann könnt ihr euch sicher sein, ihr seid Sammler. Solltet ihr die Bücher noch nicht haben, ändert sich das Ganze natürlich. Es ist immer noch kein Buch, das man sofort braucht. Das Monsterhandbuch enthält schon sehr viele Sachen und das ist ja quasi ein Monsterhandbuch 2, bis ihr wirklich an Grenzen stoßt, wo ihr mehr Variation braucht, das dauert eine Weile. Aber hier könnt ihr dann schon darüber nachdenken. Die Grammatikfehler, die Formulierungsfehler sind unschön für ein Produkt in der Preiskategorie, aber nichts, was die Qualität des Buches im Sinne auf die Anwendung reduziert, sodass da irgendwas nicht benutzbar ist oder so. Jedenfalls nicht in den ganzen Einträgen, die ich da auf Fehler kontrolliert habe. Insofern kann ich hier durchaus trotzdem eine Empfehlung aussprechen, dennoch sollte man nicht leise sein und erwähnen, dass eben Wizards hier bei der Qualitätskontrolle nochmal eine Schippe drauflegen muss. Die Buchbindung, um mal da noch ganz kurz am Schluss drauf einzugehen, das ist alles ganz normal, das ist ordentlich für das, was man bekommt. Wer D&D Bücher bereits gekauft hat, bekommt da den ganz normalen Standard. Ja und das soll schon als Überblick reichen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen bei der Entscheidung, ob ihr dieses Buch benötigt oder nicht. Kurz noch die Feststellung, hätte man vielleicht am Anfang sagen sollen, das ist ein zugesendetes Rezensionsexemplar, sprich dafür ist kein Geld extra ausgegeben worden, hätte ich jetzt zu dem Zeitpunkt auch noch nicht tun können, weil ich das ja noch nicht im Handel erwerben konnte. Ich habe es allerdings auf Englisch schon im Vorfeld besessen, besitze es auch in digitaler Form. Insofern hoffe ich doch, dass ich meine Rezension hier neutral halten konnte. Ihr könnt das am besten beurteilen. Und da sind wir auch schon beim Punkt. Bitte sollte es noch Nachfragen geben, wenn ihr spezielle Sachen wollt, gerne in die Kommentare. Wenn ihr auch etwas dazu zu sagen habt, wie ihr das Format findet, wie gesagt, ohne ins Buch schauen oder mit ins Buch schauen, gerne in die Kommentare und auch gerne allgemeines Feedback. Wer mitbekommen möchte, was bei mir so reinkommt und dann hoffentlich demnächst auch in Videoformen ansteht oder kurze Rezensionen, Mini-Eindrücke von Brettspielen, die ich gespielt habe oder eben Büchern, die reingekommen sind, der kann mir gerne auf Instagram folgen und dann dort eben schauen, was ich so veröffentliche. Und ansonsten, ja genau, lasst einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Das ist tatsächlich für den YouTube Algorithmus schon ziemlich wichtig. Schaut euch gerne eins der anderen Videos an, die auf dem Kanal schon veröffentlicht worden sind. Und wie gesagt, die Frequenz nimmt jetzt wieder zu und deswegen hoffe ich darauf, euch im nächsten Video wiedersehen zu können und wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag.